So findest du immer direkt den Eingang zum Stronghold in Minecraft. Natürlich müsst ihr erstmal ein bisschen Minecraft spielen, um ein paar Eye of Ender zu bekommen. Und die benutzt ihr dann, um grob die Richtung für euren Stronghold rauszufinden. Auch hier gibt es natürlich ein paar coole Tricks, aber versucht einfach das Auge ein paar Mal zu werfen und sobald es dann in eine andere Richtung geht oder zurück, könnt ihr euch da schon mal ein bisschen festlegen. Und sobald euer Auge dann irgendwann in den Boden verschwindet, könnt ihr euch sicher sein, dass das Stronghold ganz in der Nähe ist. Jetzt öffnet ihr mit F3 und G eure Chunkgrenzen und guckt euch dann an, in die Mitte welcher vier Chunks das Auge genau fliegt. Danach öffnet ihr euer F3-Menü und guckt auf diese Koordinaten in den eckigen Klammern. Denn das sind eure relativen Chunkkoordinaten und bei denen gehen wir jetzt einfach auf 4-4 und buddeln uns hier straight nach unten. Ich weiß, das Ganze bricht ein bisschen die erste Regel von Minecraft, aber ihr alle könnt höffentlich eine WaterMLG. Und et voila, nach ein bisschen runterbuddeln solltet ihr im Stronghold sein. Und von hier könnt ihr dann ganz normal weitermachen. In älteren Versionen fliegt das Auge genau in die Mitte des Chunks, wo der Stronghold ist, mittlerweile allerdings in die Mitte von vier Chunks. Das heißt, im schlimmsten Fall müsst ihr euch in vier Chunks bei 4-4 runterbuddeln.